Donauwelle An einem sonnigen Samstag in den Sommerferien möchte Familie Schulze eine Bootsfahrt unternehmen. Sie packen ihre Sachen und einen Picknickkorb voll mit Essen und Trinken. Wann wollen wir denn endlich los? Jetzt geht es los. Die ganze Familie sitzt im Auto. Sogar der Hund Waldemar ist dabei. Worin fahren wir und wie lange dauert das? Die Fahrt von Ehingen bis Ulm dauert zwei Stunden. Wir fahren nämlich ungefähr 22 Kilometer mit dem Motorboot. Nachdem Familie Schulze auf dem Motorboot sitzt, spielt Lina mit dem Hund Waldemar. Mutter liest Zeitungen und Vater guckt in die Weltgeschichte. Mama, Papa, ich habe im Geografieunterricht bei Frau Sage gelernt, dass die Donau mit 2858 Kilometer der zweitlängste europäische Strom ist. Von der Donau sind 2580 Kilometer schiffbar. Sie entspringt mit den Quellflüssen Reg und Regach im östlichen Schwarzwald und mündet in einem 5000 Quadratkilometer großen Flussdelta ins Schwarze Meer. Das ist eine Fläche doppelt so groß wie unser Landkreis Wittenberg. Wusstest du, dass die Donau unter anderem auch Donagi, Dona, Donav, Donava und Donarea genannt wird? In dem die große Vielfalt an Nationalitäten gilt. Diese Vielfalt entstand durch Bevölkerungswanderungen, durch Fremdherrschaft über Länder der Region. Danke, jetzt weiß ich viel mehr. Das war ein Trickfilm von Mariela, Jessica, Bastian und... Wapp, wapp!